Seit der Geburt meiner Tochter habe auch ich den Spagat kennengelernt, den man als berufstätige Mutter vollführen muss. Es ist nicht immer einfach, eine Führungsaufgabe mit der Familie zu verbinden. Escolab weiß das zum Glück und unterstützt mich als Elternteil dabei, die beiden Schwerpunkte meines Lebens zusammenzubringen. Nur ein halbes Jahr nach meinem Einstieg bei Escolab als Area Coordinator habe ich die Verantwortung für die Fachhändler in Nordafrika übernommen und bin mit meinem damaligen Mentor meine erste Reise nach Algerien angetreten. Ich bin heute noch stolz, dass man mir so jung direkt nach dem Studium dieses Vertrauen geschenkt hat. Mein Name ist Anja Pietan, ich bin 36 Jahre alt, verheiratet und habe eine kleine Tochter mit zwei Jahren. Bei Escolab leite ich das deutsche Marketing für den Bereich chirurgische Technologien. Insgesamt blicke ich bereits auf 13 Jahre Berufserfahrung bei Escolab zurück. Seit der Geburt meiner Tochter habe auch ich den Spagat kennengelernt, den man als berufstätige Mutter vollführen muss. Zum Glück legt mein Arbeitgeber Escolab Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Seit bereits einem Jahr geht meine Tochter Emma nun in die Kita Alte Post. Nach einem Jahr Elternzeit habe ich meine Arbeitszeit kontinuierlich aufgestockt. Somit hatte nicht nur ich, sondern auch meine Tochter die Chance, sich wieder an den Berufsalltag zu gewöhnen. Auch die Betreuungseinrichtung hat extrem flexible Zeiten, die auf Wunsch schnell angepasst werden und wenig Schließungstage. Es ist nicht immer einfach, eine Führungsaufgabe mit der Familie zu verbinden. Beides erfordert extrem viel Aufmerksamkeit und Zeit. Diese Spannung fordert einen immer wieder heraus. Escolab weiß das zum Glück und unterstützt mich als Elternteil dabei, die beiden Schwerpunkte meines Lebens zusammenzubringen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie war natürlich für mich gerade in letzter Zeit ein wichtiger Bestandteil. Aber innerhalb meines Werdegangs habe ich viele Seiten schätzen gelernt. Vor allem, dass einem innerhalb des Unternehmens immer wieder die Chance geboten wurde, sich weiterzuentwickeln. Ich selbst bin nach dem Studium als Area Coordinator gestartet, konnte dann die Betreuung der Fachhändler in Nordafrika als Junior Regional Sales Manager übernehmen. Durch meinen dann folgenden Wechsel in das internationale Marketing hatte ich die Chance zu einem Auslandsaufenthalt in Spanien für zwei Jahre. Seit meiner Rückkehr aus dem Ausland arbeite ich in der lokalen Marketing Organisation für Deutschland. 2014 habe ich dann Führungsverantwortung übernommen und leite seit April diesen Jahres den Bereich Chirurgische Technologien in der deutschen Marketing- und Vertriebsorganisation. Somit ist die lange Zeit bei Escolab wahnsinnig schnell vergangen und ich habe nie den Wechsel in ein anderes Unternehmen vermisst, da ich mich innerhalb des Konzerns auch immer weiterentwickeln konnte. Mit dem Wechsel in andere Funktionen bietet Escolab auch viele Weiterbildungsmöglichkeiten an, durch die man sich ganz nach den individuellen Bedürfnissen auf die neuen Aufgaben vorbereiten kann. Nach meiner Zeit im internationalen Marketing habe ich mich bewusst für den Schritt ins lokale Marketing entschieden. Denn auch in meiner internationalen Tätigkeit habe ich persönlich immer sehr den direkten Austausch mit unseren Kunden gesucht und geschätzt. In meiner lokalen Marketing-Tätigkeit bin ich einen Schritt näher an den Kunden dran. Daran reizt mich vor allem, dass die Auswirkungen meines persönlichen Beitrags für mich einfach schneller sichtbar sind. Eine erfolgreiche Positionierung und Vermarktung von Produkten und Leistung ist an den Bedürfnissen des Marktes und der Zielgruppen ausgerichtet. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, muss das lokale Marketing im permanenten Dialog mit den relevanten Marktteilnehmern stehen. Es muss in der Lage sein, entscheidende Impulse und Trends schnell und natürlich auch effizient in schlagkräftige Konzepte und Maßnahmen umzusetzen. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor dabei ist für mich das konsequente Hand-in-Hand-Arbeiten mit dem Vertrieb und die fokussierte gemeinsame Ausrichtung auf wesentliche Ziele. Zusätzlich sind wir als lokale Marketing-Organisation auch Schnittstelle zu den globalen Marketing-Organisationen im Konzern sowie auch zum Beispiel zu anderen globalen Bereichen wie der Unternehmenskommunikation. Konkret gehören damit unter anderem folgende Aufgaben in das lokale Marketing. Wir beobachten und bewerten ständig die Marktentwicklung, um hierdurch auch Neuentwicklungen anzuregen. Durch unsere ständige Präsenz beim Kunden entwickeln wir gemeinsam zum Beispiel auch mit unseren Kollegen im Außendienst neue Vertriebskonzepte und wir entwickeln natürlich regelmäßig Vertriebstools für den täglichen Gebrauch beim Kunden. Wir sind auch verantwortlich für die Anpassung der internationalen Strategien an die lokalen Gegebenheiten. Wenn man an Escolab denkt, kommen den meisten als erstes die chirurgischen Instrumente in den Sinn. In unserem Bereich Chirurgische Technologien beschäftigen wir uns jedoch mit vielen anderen Themen, unter anderem zum Beispiel mit Verbrauchsmaterialien wie dem Nahtmaterial, aber auch mit Hightech-Produkten wie unserem laparoskopischen Kamerasystem Einstein Vision 3D. Im Fokus der Bewerbungsaktivitäten stehen in unserem Bereich Produkte für die Allgemeinchirurgie, Laparaskopie und Herzchirurgie. Mit chirurgischem Nahtmaterial ist Bill Braun von der Apotheke zum produzierenden Unternehmen geworden. Da diese Produkte im OP zu finden sind, wurde der Produktbereich in die Sparte Escolab integriert. Alle Produkte, die wir betreuen, werden im OP eingesetzt. Somit ist für uns selbstverständlich der Chirurg ein wichtiger Ansprechpartner. Doch im Umfeld unserer Produkte ist dies lange nicht die einzige Zielgruppe. Die OP-Pflege, der Einkauf, aber auch große Einkaufsorganisationen dürfen nicht vergessen werden. Für diese Zielgruppen entwickeln wir komplexe Konzepte, um uns im Markt zu differenzieren. Der Markt für unsere Produkte ist sehr dynamisch und erfordert immer wieder Kreativität und viel konzeptionelles Denken. Da die Produkte sehr erklärungsbedürftig sind, bieten wir immer wieder vor Ort Workshops oder Hospitationsmöglichkeiten an, unter anderem für Chirurgen, OP-Pflege oder auch Studenten. Gemeinsam mit der Escolab Akademie entwickeln wir Schulungsreihen, um Ärzten Schulungsmöglichkeiten in bestimmten Indikationen, wie zum Beispiel der Herzchirurgie anbieten zu können. Außerdem haben wir in unserem Bereich Kontakt zu zwei internationalen Marketingabteilungen, einmal hier in Tuttlingen in Deutschland für die Lapraskopie, aber auch mit Ruby Spanien für alle Verbrauchsmaterialien, wie zum Beispiel das Nahtmaterial. Somit arbeiten wir immer noch in einem internationalen Umfeld, obwohl wir in Deutschland tätig sind. Das freut mich persönlich, da ich einfach aus der Sprache begeistert bin und meine erlernten Sprachen im Kontakt mit den internationalen Kollegen weiter nutzen kann. Somit ist unser Bereich einfach wahnsinnig vielfältig und genau das reizt mich und macht mir jeden Tag aufs neue Spaß. Wenn Sie mich fragen, warum Escolab? Für mich ist es toll, etwas Sinnvolles wie die Gesundheit und vor allem die Verbesserung der Gesundheit von Menschen im Blick zu haben. Genau das macht mir jeden Tag Spaß, genau das schätze ich an meinem Job, aber ohne die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wäre das für mich nicht möglich.